Das ist eine Antonov 2, aber eher bekannt unter dem Kosenamen Tante Anna. Und bist du ein Besitzer oder fliegst du das Ding nur? Also sowohl als auch. Ein Viertel der Maschine gehört mir und zwar eigentlich das vordere Viertel, wo der Motor drin ist. Das ist das Wichtigste, oder? Ja, also Hubraum haben wir stattliche 30 Liter. Und da fällt mir immer der Spruch ein, was ist besser als Hubraum? Noch mehr Hubraum. Und deswegen ist das eigentlich die Harley der Lüfte. Sie hat neun Zylinder und das Ganze resultiert dann in 1000 PS. Das geht auf die Vierblattluftschraube, die hat zwei Meter Durchmesser und wiegt 260 Kilo. Das geht auf die Vierblattluftschraube. 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 Schaut ihr, das war's von dem geilen Flugfest, ich hoffe ihr seid nächstes Jahr auch dabei, das war's auch wieder auf myTV, bis zum nächsten Mal, tschau.